Elli blickte ihren Großvater fest an. Die Sache mit dem Quatscheis war wirklich doof von mir, und ich mache nie wieder so einen, äh, Quatsch, ergänzte Leonardo trocken. Aber Elli sah wohl, dass er sich ein Schmunzeln verkniff. Genau, rief sie. Kriege ich also wieder ein bisschen magischen Unterricht? Vielleicht sogar schon heute? Bitte. Piano, Signorina, Ungeduld, mahnte Nonno, und Elli ließ die Nase hängen. Das Wort langsam mochte sie gar nicht. Leonardo tätschelte ihre Wange. Solltest du dich nicht lieber erst einmal auf das Schulfest und eure Zirkusnummer konzentrieren? Elli seufzte tief. Du hast ja recht, aber danach? Ach, also gut. Wenn du bis dahin weiterhin anständig bleibst. Bestimmt, warf Elli ein. Dann bekommst du die nächste Lektion im magischen Eismachen. Fabene. Abgemacht, rief Elli vergnügt. Am nächsten Morgen saß Elli gähnend neben Greta, als ihre Lehrerin ins Klassenzimmer wirbelte. Guten Morgen, meine Lieblingsklasse. Ich hoffe, ihr habt alle ausgeschlafen und freut euch auf den Unterricht. Stöhnen und Kichern waren die Antwort. Frau Gänsewein blickte lächelnd über die Köpfe ihrer Schüler zur Tür. Komm ruhig rein, Jonas. Erst jetzt sah Elli, dass sich dort ein dünner Junge mit braunen Haaren herumdrückte. Er machte ein paar zögernde Schritte in das Klassenzimmer. Das ist Jonas' Zinstag, ein neuer Schüler und ab heute euer Klassenkamerad. Er ist mit seinem Vater vor ein paar Tagen in unsere Stadt gezogen. Willst du selbst ein bisschen was über dich erzählen, Jonas? Der Junge presste kurz die Lippen zusammen und schluckte. Hm, alle nennen mich Jojo, murmelte er. Frau Gänsewein wartete, doch Jojo machte keine Anstalten, noch etwas zu sagen. Gut, dann setz dich doch da hinten auf den Platz am Fenster. Und ihr anderen holt bitte eure Geschichtsbücher raus, sagte ihre Lehrerin. Jojo schlurfte durch den Gang und ließ sich auf den freien Stuhl fallen. Sein Pult stand direkt neben dem von Greta und Elli. Hi, ich heiße Greta, flüsterte Ellies Freundin dem Neuen zu. Und das ist Elli. Ihre Familie hat drei Hühner, die auf der Dachterrasse wohnen. Jojo musterte Elli, aber in seinem Blick lag keine Neugierde oder Freundlichkeit. Elli fühlte sich plötzlich, als hätte sie einen Tintenklecks mitten auf ihrer Nase oder als wären ihre Klamotten schmutzig. Was bildete der Neue sich eigentlich ein, dachte sie und spürte einen Anflug von Ärger. Herausfordernd hob sie das Kinn. Leute anstarren konnte sie auch. Tatsächlich wandte Jojo als erster den Blick ab und Elli lehnte sich zufrieden in ihrem Stuhl zurück. Eins zu null für mich, dachte sie. Aber warum musterte dieser fremde Junge sie fast feindselig? Elli beschloss, diesem Jojo einfach keine Beachtung zu schenken. Doch als sie in der großen Pause mit Greta, Benni, Lynn und ein paar anderen in der Schulmensa saß, sah sie, wie Jojo hereinkam und sich unschlüssig umsah. Wie er da so verloren stand und die fröhlich plaudernden Schülergrüppchen beobachtete, tat er Elli nun doch leid. Möglicherweise war ihr erster Eindruck, dass Jojo nicht besonders nett war, mir falsch gewesen. Vielleicht war er einfach nur schüchtern? Also hob Elli die Hand und rief halblaut Jojos Namen. Als er zu ihnen herübersah, winkte sie ihnen an den Tisch. Setz dich doch, hier ist genug Platz. Jojo ließ sich neben Felix auf die Bank fallen und lächelte in die Runde. Mit einem Mal wirkte er völlig verändert und gar nicht mehr unfreundlich. Elli war froh, ihre anfänglichen Zweifel überwunden zu haben. Bist du gerade erst umgezogen? fragte Benni und als Jojo nickte, kräuselte er seine sommersprossige Nase. War sicher nervig, die ganzen Kisten zu packen, oder? Jojo zog eine Grimasse. Total. Zum Glück hatten wir nicht so viel. Mein Vater sagt immer, man soll nur das besitzen, was man wirklich braucht. Elli dachte daran, wie viel Kram die ganze Familie Sonntag bei ihrem Umzug damals treppauf, treppab geschleppt hatte. Findet deine Mutter das auch? fragte sie. Ich wohne mit meinem Vater allein, gab Jojo zurück und sah Elli erneut nicht besonders freundlich an. Entschuldigung, murmelte sie, aber ich kann ja nicht hell sehen. Schon gut, sagte Jojo und rang sich ein Lächeln ab. Mein Vater hat übrigens den Skatepark übernommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr alle bald mal vorbeikommen. Oh ja, rief Benni. Ich wollte schon immer mal Halfpipe fahren. Ellis Mitschüler stimmten begeistert zu. Der Neue gibt ganz schön an, dachte Elli, aber Benni unterbrach ihre Gedanken. Wollen wir uns heute nach der Schule bei dir zum Üben treffen? Nicht, dass Ente sich auf die faule Hühnerhaut legt und alles verlernt, witzelte er. Von wegen. Ente und Pixel beherrschen ihre Nummer besser als Greta ihren Text, gab Elli zurück und fing sich prompt einen freundschaftlichen Knuff ihrer Sitznachbarin ein. Wir proben für unser Schulfest eine Zirkusnummer mit Ellis Hennen, erklärte Benni in Richtung Jojo. Darf ich zugucken? Fragte Jojo. Ehe Elli noch reagieren konnte, riefen Greta und Benni schon, Na klar! Obwohl Elli es nicht okay fand, dass ihre Freunde einfach über ihren Kopf hinweg entschieden, nickte sie notgedrungen. Und damit war die Sache entschieden.